Bernd! Oh Gott! Mein sinnloses Captain! Verzeihung! Auf geht's ihr Land, Rache! Ne, alles gut ist, ich hab mich nur verschluckt! Vor Lachen! Mit dem Feuer ist aber auch ein bisschen durch, ne? Ich find's cool! Joa, hat was! Sail away! Oh scheiße! Felsen! Eisberg voraus! Ne, du, ich seh kein Eisberg! Ich glaub ich mach mal die Fackel an! Die Nacht! Alter! Es ist jetzt grad um einiges heller geworden bei mir! Also die Fackel, mach mal die Fackel aus! Ja natürlich! Durch die Fackel! Ne, aber es ist heller als der Schein des Lagerfeuers! Was ja eigentlich Schwachsinn ist! Ja, eigentlich schon! Sieht aus, als würd's da mit nem Strahler an mit... Äh... Hat jemand das Fleisch dabei? Ich hab das Fleisch dabei! Willst du's mal kurz droppen oder ins Feuer packen? Hast du recht! Ne, droppen hier nicht! Pack's ins Feuer! Ja, mach ich! Nur dummerweise durch das Floß durchglitscht oder sowas ist blöd! Ja, stimmt! Diese ganze Schlecht! Ihr ist die Schlecht! So... Achso, Moment! Ich kann ja auch erstmal kurz ein paar Beeren essen! Äh... So... Und dann hier... So, das Holz weg... Und dann... Ah, jetzt die scheiß Kohle! Oh geil, ich hab Level ab! Yeah! Hartzlichen Glückwunsch! Warte, ich nehm dir mal die Kohle raus! Achso, hast du schon! Hop, 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 hop! Äh... Moment, 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 Moment! Was wollte ich jetzt? Aber ich wollte... Äh... Puh! Hier rein! So... Wow, Pony! Wow! Jetzt muss man grad ein bisschen was in die Kies... Achso, ist ja fast voll! Ui! Vor allem senkt und... Äh... Erhebt und senkt sich die Scheiße beim... Äh... Hier grad... Basels an die Spitzung! Wow! Eine limitierende Kacke! Ein limitierender Kacke-Hofen! Es lebt! Es lebt! Es lebt! Es levitiert! Und... Vor sich hin! Wie viel Puriks sind das da? Alter... Hä? Trag aufm Wasser! So... Dort hinten, wo es so hell leuchtet... Äh... War unser Zuhause! Ach... Das waren noch Zeiten! Pony? Ja? Was machst du da? Der macht hier schon wieder Blödsinn! Ich dachte, ich kann irgendwie Force Fienden oder so! Force Fienden! Force Tame! es braucht der Pony nicht! Das braucht der Pony nicht! Lalalala! Eine Sefer, die ist lustig, eine Sefer, die ist schön, wenn man mal mit den guten Mannen auf dem Schiff rumdümpeln kann. Wow, deine Gesagskünste sind und Improvisationskünste sind auch Top-Notch. Was? Top-Notch? Top-Notch. Was heißt das? Das heißt, ach, halt dir jetzt durch die Klappe. Alter, unser Schiff brennt. Wo? Hä? Bei mir ist es ja gerade so aus, dass unser Schiff brennt. Bitte was? Ja, und alter, schon wieder. Ach, das ist ein Pony, der die Fackel anhat. Ja. Alter, fackel nicht unser Schiff ab. Das tut doch gar nicht. Er holt einfach die Fackel raus, so wie du eben auch. Und deswegen ist es so ganz hell. Jetzt schimpf dich mit Pony. Aber guck mal, das sieht so aus, als ob... Flammen schlagen. Echt? Bei mir nicht so. Also bei mir nur das normale Feuer. Und das ist halt so, wie es normal war. Alter. Das werde ich mal später sehen. Ja, bin ja auch mal. Besonders wenn du in der Perspektive bist, so jetzt für alle, die jetzt zuschauen. Das sieht echt aus, als würde das Schiff brennen. Ah, sehr nice. Kann das eigentlich Feuer fangen? Nee, ne? Äh, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also bis jetzt haben wir das noch nicht hingekriegt. Hm. Und so Flows existiert in beiden auf... Ach, Pony, ey. Oh nein. Immer diese Counter-Strike-Hüpfer, ey. Das ist zu schlimm. Ja, warte. Gleich wieder drin. Nee, Server-Lag. Server-Lag. Ah, okay. So. Ach, Mann, ey. Jetzt kommt ein Hai und ein Stückchen weg. Oh, jetzt bin ich wieder am Wasser. Was soll denn das? Bei mir bist du gar nicht erst drauf gewesen. Nee. Ich war gerade auf dem Schiff. Ah, du musst auch von der anderen Seite kommen, du. Du bist gerade von vorne. Ja, komm mal von der Seite. Ja, okay. So. Könntest du... Leg dich am besten hin, Pony. Ja. Vielleicht nimmst du den Finger von der Leertaste und dann ist gut. Boah, ey, das ist ja... Schlimm mit dieser Jugend heutzutage. Der alte Counter-Striker. Aber echt. Jumpstrafe, jumpstrafe. Jumpstrafe. Hm, das auch. Kloppt. Ja. Weißer Strahl am Steuerbord. Weißer Strahl. Aber da sind bestimmt ganz böse Saurier. Deswegen werden wir da mal nicht hin und so, nicht? Oi, oi, Captain. Soll... Wollen wir von hinten versuchen ran oder von vorne? Aber Captain, sie machen doch immer von hinten. Weiß. Oh, der Mond. Guck mal. Sieht geil aus, oder? Der Mond verzieht in den Fluten. Heimat. Wenn der Mond am Horizont im Meer verzieht. Äh, lass mal lieber rund fahren, also nicht hier. Ja, warten bis... Ne, ne, ne. Fahr mal rund. Weil der war ja, ähm... Ja, nur ein Stückchen weiter. Der Alpha. Und den sehen wir auch bei Nacht sowieso besser. Bei Dunkelheit. Ist ja jetzt schon... Aber warte mal, ich mach mal kurz das Feuer aus, wenn das okay ist. Ja, klar. Dann sehen wir vielleicht noch besser. Also hier sehe ich nichts? Ne. Jetzt wird es sehr tukel. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da durchfahren können. Ich glaube nämlich nicht, oder? Ne, ich glaube auch nicht. Alter, jetzt sehe ich... Ja, pass auf, dann null. Dann fahren wir noch ein Stückchen weiter vor und rechts. Ne, ich glaube... Wir fährst zu weit links. Und lass mich dann mal raus. Dann geh ich mal gucken. Lass mal gucken. Lass mal gucken, ja. Ey, vielleicht können wir ja noch irgendwas retten. Oh, das wäre mega, oder? Ne, wir haben nicht mehr viel. Ich habe ja letztes Mal schon einiges rausgeholt. Also wir können gerne noch was retten, das ist kein Thema. Ansonsten können wir auch alles kaputt machen und dann die Ressourcen einfach mitnehmen. Ja, aber da wäre das Farben einfach gewesen. So, Pony, willst du die Urzalot da nicht beschützen gehen? Ich glaube, da bin ich sicherer alleine. Aber dann kannst du das Feuer ja anschmeißen wieder. Pony will gerade gar nichts machen. Oh. Oder er hat es für mich gemutet. Ne. Bin ich gemutet? Ne, bin ich gemutet. Also, wie es jetzt aussieht, sehe ich kein Leuchten. Aha. Ja, der Schiff, äh, der Kapitän muss ja hier aber an Bord bleiben, nicht? Sie können auch das Kommando unserer Matrosen-Pony übergeben. Niemals! Würde die Zeit ihres Landganges. Ja, wobei, wenn ich jetzt weitergehe, warte ich glaube besser, dass es heller ist. Ja, der könnte sich im... Ja, genau. Super doof. Wobei ich den ja auch besser sehe, wenn der... Ich glaube, da oben geht es ab. Oh, oh. Ja, da sind zwei Stegos, die sich mit irgendwas kloppen. Also, ich sehe nur die Stegos von hier aus. Oh, oh. Ach, was mache ich, was mache ich? Ich glaube, ich bleibe mal kurz hier unten. Ja, das glaube ich sicherer. Nichts riskieren, Freunde. Ich meine, okay, die Zuschauer hätten was zu lachen, aber... Okay, danke, ich meine. Wir nicht wirklich. Schleichen uns vor. Achso, warte, schleichen uns vor. Warte mal, dann kann ich doch zur anderen Seite, zur hinteren Seite und dann braucht... Äh, Pony, Alter, hast du mir gerade einen Schock... Ach, du Rot, ich bin hinter dir. Alter, ist hinten noch so rotes Leuchten vor mir, so orange-rotes Leuchten und denke mir nur so, scheiße, scheiße, Alpha. Dreh mich um und dann ist da Pony mit der Fackel. Das glaubst ja nicht, du. Äh, ja, nee, der ist, glaube ich, im Wald. Aber... Siehst du den? Ja, das könnten aber auch die Blätter sein, ich weiß gerade nicht. Ah, die Stegos haben sich mit kleinen Spukis gekloppt. Mhm, 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 interessant, interessant. Ja. Also soll ich nach hinten fahren oder hier vorne bleiben? Äh, keine Ahnung, ich bin jetzt mal zu Hause. Also in unserem alten Sohn. Mit den halbherrigen Gebäuden. Ja. Und Pony-Spots-Border. Mhm. Ja, hier haben wir unsere Dorf-Sitzung. Oh, Mann. Hier ist sogar noch mein Bett. Und mein Mörser. Äh, das waren Zeiten. Ach, dass ich den Mörser nicht mehr aufnehmen kann, so. Da ist nichts mehr drin. Das war so schön. Saatgut haben wir einiges, also Holz haben wir noch einiges. Setschen wir auch noch so ein bisschen. Ich glaube, der ist weitergezogen. Ja, aber wohin ist dann die Frage? Weil wenn der da, na gut, das macht ja eh keinen Sinn mehr. Ja, das stimmt. Gemeindehaus, Gemeinschaftshaus angefangen. Ja, nee, also hier ist es zu gefährlich, weil man weiß ja nie. Ja, aber du weißt da hinten auch nicht, ob da rein. Du, nö, doch, nö, da hinten, da ist, äh, alles easy. Easy peasy, verstehst du, ne? Mach ich gleich ein Pony und lande in der Spalte. Hä? So, warte mal, ich will mal kurz gucken. Ach so. Können wir noch einen Hut haben. Nee, haben wir, glaube ich, nicht mehr. Aber wenn du einen brauchst, sagt doch was. Können wir da was machen. Mach jetzt wieder den YOLO und geh mal die kleine Insel erkunden. Ja, ist jetzt die Frage. Also wir haben da schon so ein paar hundert Holz. Es wäre, glaube ich, auch ganz sinnvoll, wenn wir die mitholen würden. Aber, ja, dann habe ich mitgenommen. Ich komme, ich komme vorbei. Ich bin hinten rum. Dann geht nimmer den Hinterausgang von dem Dorf runter. Ich gucke gerade auch, ob wir umgehen. Bei Raptoren. Wo? Äh, nicht in deine Richtung, scheiße. Und hier sind zwei Spookies, einer Level 40. Fuck. Ja, geil, ich bin tranquilized. War ja auch noch, oh man, ich sterbe. Wo bist du jetzt schon wieder? Alter. Fuck, jetzt bin ich auch noch. Ach, nee. Pony, geh hin und helf ihm. Nee, 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 Pony, nicht kommen, nicht kommen. Das ist, ja, ich bin gerade nur ausgenockt. Ich werde, ich werde sterben. Lass es sein, da ist auch noch ein Gefiehzeug. Wie heißt das? Ich weiß ja nicht mal, wo der ist. Genau, in Skorpion. Danke. Aber warum bist du denn vorne, warum bist du vorne raus? Weil ich wissen wollte, was da alles noch ist. Sondern wo sich das für drei Spookies plus ein Skorpion ist. Ja, dann spawn wenigstens hier in dem Bett. Ja, werde ich tun. Alter, dann macht er hier auch noch eine Inselerkundungstour, der Depp. Ja, ich wollte. Vorsicht, Pony, hier ist eine Spalte. Nicht reinfallen. Jo. Kennst du, ja? Ja, nicht. Habe ich oft gesehen. Habe ich auch mal was und bringst so ein... Guck mal, unser schönes Ortsschild. Ja, ich weiß. Das ist gut, der Ortsschild. Oh nein, da bin ich viel zu langweilig mit. Alter. Guckst du mal auf, von zu heulen? Packst ein. Warte, bleib mal stehen. Was? Hör auf zu heulen, genau. Pony hat's erfasst. Der läuft jetzt da wieder in sein Verderben, ne? Wieso? Achso, du hast das Ding geparkt. Ich wollte jetzt... Nee, außerdem... Spook ist... Ja, ja. Meinst du vielleicht, kommen wir da ran? Waren dann Spookies und... Und Skorpion, ja. Also, einen Spucki habe ich weggemacht. Das heißt, es müssen nur noch zwei Spookies sein. Auch geil, er ist auch noch ein Affe. Warte, warte. Wäre ihn nicht da lang. Hier hoch bin ich. Achso, warum da hoch? Weil ich von hier oben aus nach unten gucken wollte. Was da alles Schönes ist. Sehr sinnvoll. Ja, ich habe ja gesehen, dass da Spookies, Skorpion und... Unten am... Also, Junge, kommt mal wieder... Mal wieder nach Haus. Nee, bleibt ihr mal weg. Das macht da jetzt keinen Sinn, wenn ihr auch noch drauf geht. Ich bin bewaffnet, Freundchen. Ah, hier ist ein Affe. Ich glaube, das ist sicher. Im Sinne von, dass... Hier liege ich. Hier liege ich doch schon. Naja, ist doch wunderbar. Ich passe auf, dass hier nichts ist. Moskitos! Hier ist irgendwas. Moskitos! Ja. Ihr killt. Wo sind das Viech? Hier. Alter, bau mal ab. Oh, das... Oh, der Affe, der guckt mich echt böse an. Pony, kommst du zu uns? Aber sei vorsichtig, sonst... haut dich der Senior. Alter, nur sieben Fleisch, kein Schettin. Was? Ja. Boah, was ein Huhn. Vorsicht, hier ist noch ein Affe. Ich bin encumbered. Das ist scheiße. Ja, dann werf doch mal ein bisschen was weg. Nein. Boah, das ist echt... Und dann wundert er sich, weißt du, und dann riecht er sich darüber auf, dass er so doof ist. Wie doof? Warum doof? Naja... Bin ich doof. Safety first. Wir können eigentlich hinten rumlatschen. Safety first, YOLO. Also habt ihr denn jetzt alles da weggenommen, oder wie? Also ich habe nicht alles. Nee, da ist noch ziemlich viel... Ach so. Da war noch viel Holz, ja? Ja, da war noch viel Holz und ein bisschen was an Fetch. Fetch. Boah, ein bisschen kann ich ja auch noch mitnehmen. Oh, mal wieder. Ein schöner Hintern kann auch entzücken. Äh, nee, wie war's? Echt, ein schöner Rücken kann entzücken. Genau. Ach, meine Ozelotter. Ach, nee. Ach, nee. Nee. Nein. Nein, 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 nein. Ach so, ich könnte mir ja was anziehen, oder? Komm, mach ich nicht mehr. Das wäre mal eine Idee. Oh, mein Hut ist zerbrochen. Ist Pony nicht so abgelenkt von der ganzen Optik und so? Du weißt doch, wie diese Jungsbunde sind, weißt du? Ja, nee. Seeds braucht man nicht. Ein bisschen Holzhammer am Stittel. Oh, der Alpha ist anscheinend echt, ähm, ein Stück weit weg. Ja, stimmt. Oh, der ist weitergezogen. Find ich gut. Oh, fuck. Insekten. Die kannst du auch einfach weg-snacken. Ich bin nur für. Ich mach mal grad ein bisschen frisch, äh, Wasser. Und ich hab nicht mehr so viel, äh, ohne. Ach, da ist noch eine. Ja, einfach immer mit der Axt. Ruff da, immer ruff da, weißt du? Mach das mit dem Spä... Alter, jetzt geht da noch der da durch. Hoffentlich hab ich dich nicht ang... Nee, gut. Nee, die Kohle brauchen wir nicht. Was haben wir hier noch? Bisschen Setched Away. Aha, 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 aha. Aber ich muss dann gleich mal ein bisschen was an Holz da liegen lassen. Hier ist nüschtz. Auch nüschtz. Und hier... Steine. Ja, braucht man nicht. Da haben wir hier noch von. So, Freunde. Dann... Ach, Klödi ist in seiner Hütte. Ah, nee, ist er. Nee, bei Ocelot. Ich hab das ganze Spark-Powdermann mitgenommen. Ah, guter Mann. Sehr gut. Gut. Hatte ich da noch was in dem Wasser drin? Pony, Pony, falsche Richtung. Ähm, ja. Scheint so. Und in den Laternen hier überall ist auch noch was drin. Ah, du... Nimm mit, nimm mit. Du kleines... Ja, findige. Ja, aber echt, also... Boah. Wißt du, da hätte ich jetzt gar nicht... Momente. Finde ich auch gut. Schade nur, dass es nur manchmal ist, ne? Ja, wie er das selbst gleich wieder relativiert hat. Aber nur manchmal. So. Denn auf zum Schiff. Wo ist denn jetzt Oze eigentlich? Ich bin immer noch auf dem Weg zum Schiff. Du weißt, dass es hinten beim Hintereingang ist. Ich bin da nur die anderen Weg und ich bin ja in Kamerl. Also da... Ich hab auch noch ein bisschen Gettin gefarmt bei den Insekten, die ich gewetzt hab. Das ist sehr geil. Die Erz-Trop. Das ist sehr geil. Aber... Schweißt doch, was euch gefällt. Ja, willst du Bescheid, ne? Battle 1. So, Pony, wo bist du? Da ist er. Bin hinter dir. Das ist auch sehr schön, sehr schön. Pony ist ja auch der Lothar. Ja, geil. Cool. Sieht aus wie ein Yeti, weißt du? Ja, leichter lang. Nee, vor allen Dingen, das sieht aus wie dieses eine Bild von dem Pseudo-Yeti, der irgendwo in den USA andeckt wurde. Ein Bein. Der meint Bigfoot, nicht Yeti. Ja. Ja, Yeti, Bigfoot ist ja... Bigfoot ist braun. Ja, ich weiß. Du machst ja Unterschiede. Warte, ist da ein Krokodil? Boah, Alter, du bist... Äh, ich glaube, das ist ein Stein. Ist das ein Krokodil oder ist ein Stein? Krokodile sind nur ein Mythos. Haben wir doch gelernt vor drei, vier Folgen. Mhm. Oder fünf. Weiß nicht, irgendwie so. Drei, vier Folgen. Sag ich doch. Ja, weißt du? Meinst du? War aber lecker. Weiß nicht. Alter, ja. Boah, da kommt gerade ein Hai aus dem Wasser. Ich hab das gerade nur so eine Sekunde gesehen. Ich schlag das viel. Brauchst du nicht, ich mach das schon. Ach so. Weißt du, ich sag noch, brauchst du nicht, ich mach das schon. Und er haut mir erstmal voll ein in die Fresse. Na ja, das macht er aber, weil du es auch verdient hast. Konsequent macht er das. So. Oh ja, Wasser trinken muss ich auch noch. Wasser trinken. Guck mal, ich hab doch gut geparkt hier, das Schiff, wa? Ja, hast du schön geparkt. So, jetzt mal gucken, was wir hier... Boah, die Bären alle raus damit. Die nehmen nur scheiß Platz weg hier. Waren eh nur Dingens dran. Na komm, die da nehme ich mal ins Inventar. Die wiegen ja nichts. Heid und Fiber scheiße. Ich kann noch ein bisschen was nehmen hier, nämlich der Teil jetzt so fertig. Hat einer von euch noch drei Fiber reinzulich da? Ja. Ich nicht. Wäre cool, wenn du mir das Job... Dann packst du doch nicht. Warte. Hier, guck mal. Aber ich muss mal kurz meinen Waterskin aufhören, warte noch. Oh ja, gute Idee. Hier ist doch eine Wiese, da können wir doch gleich mal ein bisschen Fibern. Ja, nee, es ist nichts Wichtiges, es ging jetzt nur um meinen Hut. Ach so. Aber warte, wann mach ich das schon mal? So, was sagt das Feuer? Ist das Fleisch durch? Ja, läuft. Ihr Mannen. Ich bin wieder an Bord. Oh, warte, warte mal, warte mal. Hier noch ein bisschen Schittin und so. Wo hast denn du da? Ah, da. Beufin helfen, hättest du es gehauen? Nein, bitte nicht. Du verletzt mich nur wieder. Was ist denn nur wieder? Das ist der Pony, der immer alle verletzt. Gelogen. Gelogen. Ja, es ist gelogen. Alter, du kleines... Oh, hallo, Alter, jetzt geht's ja ab hier. Was denn? Ordentlich viel Schittin und Fleisch und Silikaperlen und Öl. Und hast du nicht gesehen? Ja, ich hab auch, äh, 18 Schittin und 6 Silikaperlen. Aber kein Öl. Leider. Leider kein Öl. Aber leider kein Öl. Ne. Wollt ihr da nicht haben. So. Alter, der High. Seht ihr das? Ja, ja, das ist voll Server-Lag. Ja. Flying Shark. Flying Shark. Oh, das ist geiles Thumbnail. Warte. Oh, schönes Thumbnail. Ja. Äh, Server abgekackt. Geil. Nice. Oh. Ja, Pause würde ich schon sagen, ne? Würde ich sagen. Kleine Pause und wir checken mal ab, was hier so abgeht. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020